um ehrlich zu sein das was jetzt gleich kommt das fällt mir wirklich ein bisschen schwer weil ich auf meine ganzen kamera und video und technik und alle sachen einfach immer super gut aufpasst aber ich werde diese sehr gut aussehende relativ neue gopro hero 6 zerstören also zerstören nicht ganz aber wir werden die auf jeden fall auseinanderreißen und da wird auch einiges glaube ich dabei kaputt gehen und zwar wollen wir die gopro hero 6 umbauen zu einer naked gopro und genau das kommt dann in dieses kleines gehäuse hier rein dieses kleines dieses kleine gehäuse so ist es deutsch das wird ein naked gopro genau also sehr klein leicht und was ist das was ist der zweck davon es soll auf diesen kleinen fpv cop da drauf das ist meine erste richtige fpv drohne und ihr seht schon hier ist der gopro mount der ist 3d gedruckt da soll das ganze drauf ja diese cine whoops also das ist diese kategorie von drohnen die sind halt klein sollen überall durchpassen haben dementsprechend nicht so viel leistung und deswegen können die halt nicht so eine dicke ausgewachsene gopro mitnehmen ja und deswegen müssen wir jetzt die innereien da rausreißen und in dieses gehäuse reinbauen und ich hoffe einfach so dass es gut geht also ihr merkt ich bin wirklich ein bisschen nervös weil ich mache nicht gerne sachen kaputt ja ich würde sagen wir probieren es trotzdem aus wenn ihr das video seht dann ist es vermutlich gut gegangen wenn nicht dann werde ich vermutlich eh nicht zeigen also so ein bisschen um die spannung jetzt mal rauszunehmen wenn ihr mehr solche videos in zukunft sehen wollt ihr wisst ja wie immer daumen hoch und abo da lassen das hilft mir weiter meinen kanal aufzubauen und jetzt geht's los okay bevor wir jetzt anfangen noch ein paar worte genau also ich nehme hier dieses umbau kit von beta fpv genau das habe ich mir gekauft da ist eben dieses gehäuse drin das man braucht da ist auch ein power connector mit drin da ist auch dieses board mit drin das wir dann später brauchen um die kamera mit strom zu versorgen und ganz wichtig die buttons sind hier drauf so dass man dann halt die kamera noch steuern kann ja und die schräubchen und ein nd filter ist ja auch noch mit dabei also einmal das habe ich hier parat dann habe ich hier einmal so ein paar tools um eben elektronik sachen gut öffnen zu können genau ich weiß jetzt nicht ob das was gutes ist gab es halt auf amazon habe ich mir gekauft ja und bei der gopro ist es jetzt so ich habe das wlan natürlich angemacht habe die mit meinem handy gekoppelt so dass ich später mal noch irgendwelche einstellungen verändern kann wenn wir das ganze umbauen wird auch der hintere screen verschwinden also der wird nicht mehr dabei sein an der kamera man kann den zwar im nachgang wieder anschließen aber ich glaube das ist ziemlich aufwendig deswegen habe ich es erstmal mit wlan mit meinem smartphone gekoppelt so dass man da hoffentlich dann noch alles machen kann im nachgang ich habe die firmware 1.6 glaube ich ist es drauf geflasht weil die am besten mit real steady funktionieren soll und fpv drohnen dann eben und ja ansonsten gibt es glaube ich nichts mehr großartig zu sagen ich habe ja außerdem noch ein bisschen sehr feines werkzeug ah ja der erste cringe moment kommt gleich ok ja bevor wir jetzt anfangen erstmal natürlich hier klappe auf akku raus sd karte raus ja mehr kann man in dem fall nicht wirklich machen gut diese klappe hier die können wir noch abziehen aber mehr können wir jetzt mal hier noch nicht weg machen dann geht es als erstes mal darum diese linse hier zu entfernen und das ist wirklich super schwer also bei manchen klappt es wirklich ganz gut die abzunehmen aber ich kann die so tatsächlich nicht mit bloßen fingern ab machen deswegen kommt jetzt hier wie gesagt und der erste cringe moment wo es ein bisschen aha wird wenn man sich halt mit so kamera zeit beschäftigt und zwar nehme ich hier einmal diese zange und weil ich das jetzt nicht kaputt machen will lege ich halt hier außen rum ja diesen diesen karton und dann versuche ich das hier festzuhalten und so ein bisschen zu drehen ich hoffe dass das jetzt gleich zerstörungsfrei funktioniert ja genau mit nicht allzu viel druck funktioniert es dann doch das ding hier abzunehmen ja und das war es jetzt schon was wir von der gopro so runter bekommen ohne jetzt irgendwas zu zerstören jetzt geht es dann in den zerstörerischen part sozusagen ich habe mir natürlich im voraus auch einige videos dazu angeschaut wo das video nachdem ich jetzt vorgegangen bin um das jetzt hier durchzuführen das werde ich euch auch mal unten in der video beschreibung verlinken das ist von dem wie heißt der tokivision ist noch ein sehr kleiner kanal hat erst acht abonnenten aber war wirklich ein sehr gutes video sehr ausführlich und deswegen werde ich euch das auch mal verlinken falls ihr das noch mit anschauen wollt okay jetzt wird es tatsächlich ein bisschen nervenaufreibend ich habe das selber noch nicht gemacht aber ich lege mir mal jetzt ein paar sachen parat ich denke mal dass ich wahrscheinlich mit den zwei werkzeugen hier relativ weit kommen werde um das vorher noch zu erklären hier an der gopro ist hier so eine öffnung und hier so eine öffnung ich glaube das ist eigentlich da damit wasser besser ablaufen kann und damit man einen besseren klang hat was das mikrofon angeht aber der wird halt von vielen die eben diesen umbau machen dann benutzt damit man da halt dazwischen kommt aufpassen muss man jetzt noch ein bisschen es ist hier ringsherum dann eben kleber montiert so dass halt die kamera auch wasserdicht wird und ja man muss dann ein bisschen aufpassen dass man halt diesen da dazwischen kommt zwischen diese zwei teile den kleber anlöst aber halt nicht so weit rein fährt weil da dann halt im inneren auch schon elektronik ist und die wollen wir natürlich nicht zerstören ja gut also dann würde ich sagen geht es mal los ich war jetzt mal hier dazwischen und dann schauen wir mal wie gut es funktioniert ok da merkt man also sofort wieder kleber dann nachgibt und sich ablöst ja hier an der ecke ging es ganz gut und das ist echt schwer ok naja zumindest so ein teilerfolg die seite habe ich hier jetzt abbekommen aber leider ist der kleber hier so stark das halt der eine teil das ist so ein verbund kunststoff hier abgebrochen ist ja aber zumindest sieht man hier jetzt dass da so ein flachbandkabel drin ist das heißt hier sollte man auf jeden fall aufpassen jetzt geht es halt darum zumindest mal die sachen noch so weit hier weg zu bekommen dass man dann den rest freilegen kann also mit diesen kleinen torx schrauben hier so ich bin jetzt hier an dieser einen ecke mit einem schraubenzieher darunter gekommen das heißt natürlich auch gute karten und das hier so ein bisschen anzuheben und dann einfach stück für stück hoffentlich das ganze ding raus zu bekommen das ist übrigens wirklich super anstrengend also hätte ich so nicht gedacht also der kleber der den teil hier noch hält der ist wirklich super stark krass ok der status ist jetzt folgender mit zange cutter messer und kleinen schraubenzieher und natürlich den sachen hier habe ich das ganze jetzt so weit in einzelteile zerlegt dass ich hier an glaube ich alle diese sechs schrauben dran kommen hoffe ich mal ich bin mir jetzt nicht sicher ob das einfach war weil die gopro halt schon älter war vielleicht ist das plastik einfach ausgehärtet vielleicht ist auch ein anderer kleber es war jetzt wirklich viel aufwand aber ich glaube jetzt ist es geschafft und ich werde jetzt als nächstes mit einem winzigen torx hier diese schrauben öffnen so dass wir dann hoffentlich das gehäuse dann aufmachen können ja was ich vorher nicht gesagt habe aber was ich glaube ich selbstverständlich von selbst versteht ist dass es natürlich auf eure eigene gefahr hin passiert wenn ihr sowas durchführt also mit garantie ist hier nix mehr und ja das ist natürlich auch so ein bisschen glücksspiel man kann halt da sehr schnell auch was kaputt machen ist ja ganz cool von beta fbv gibt es ja als alternative auch so eine insta 360 abgespeckt die werde ich euch auch mal unten in der video beschreibung verlinken falls ihr da bock drauf habt aber mein ziel war ja dass ich hier eine gopro mit real steady dann auf dem ftv copter verwenden kann und deswegen habe ich mich für den weg entschieden aber wenn ihr das auch ausprobieren solltet und bei euch was kaputt geht dann gebt bitte nicht mir die schuld ja da muss man sehr sehr gut aufpassen die schrauben sind jetzt auch raus und jetzt denke ich mal ja genau jetzt kann man das hier so lösen ok sehr vorsichtig weil ich natürlich nicht weiß welche kabel da noch zum vorschein kommen ich will ja hier auch nichts abreißen ok die gopro ist offen oh boy das hätte ich auch nicht gedacht dass ich sowas mal mache naja wir machen mal weiter was wir jetzt hier schon mal sehen wir haben es dann tatsächlich soweit ich jetzt weiß nur auf diesen vorderen teil abgesehen also alles was jetzt hier hinten in dem hinteren teil von der gopro drin ist das werden wir später nicht mehr brauchen als allererstes muss ich jetzt hier mal versuchen ja die kabel zu durchtrennen also ich will die natürlich nicht durchtrennen im sinn von kaputt machen aber ich muss ja die teile jetzt irgendwie auseinander bringen und ich werde jetzt mal als allererstes versuchen die flachband kabel hier zu lösen soweit ich weiß müsste das ja genau das geht ganz einfach wenn man hier so leicht mit dem fingernagel drunter fährt dann kann man die eigentlich ganz ganz leicht raushebeln ja wohl also das geht super einfach jetzt fehlt nur noch hier das obere kabel ich meine dass man den tatsächlich nach oben ziehen muss naja ok also bei dem stecker ist es hier so dass es am besten ist wenn man den so rausklappt ein stück und dann rauszieht so meine ich wäre es wahrscheinlich das beste ja das ist quasi die sachen die welt nicht mehr brauchen das heißt die lege ich gleich mal weg genauso die schrauben und alles weitere so das landet mal hier ja und damit geht es dann jetzt weiter hier mit das kameramodul und die hauptplatine und das sind dann die sachen die wir brauchen für unsere naked gopro ok jetzt wird es tatsächlich ein bisschen schwieriger noch mal als nächstes also weil wir jetzt halt hier aufpassen müssen da wirklich nichts zu beschädigen als nächstes werde ich mal hier diese klappe oder diese abdeckung da nach oben drücken ich hoffe jetzt mal dass dann nichts kaputt geht ok das hat sich schon mal sehr gut gelöst ok ich habe hier gleich mal was verbogen na gut genau aber das teil das können wir jetzt hier loswerden das versuche ich auch mal vorsichtig abzuziehen ok dann werde ich das ding hier noch ab machen oder ich glaube schon ich hoffe jetzt mal dass es richtig war über diesem flachbandkabel ist noch mal so eine kleine lasche die versuche ich jetzt mal hier ein bisschen weg zu biegen und mit dem finger drunter zu kommen die können wir dann benutzen um jetzt den stecker hier raus zu ziehen ok das ist gut gegangen jetzt kommt auch hier drunter nochmal eine weitere schraube zum vorschein ich hoffe mal man sieht jetzt hier das ganze die müssen wir dann auch nochmal abnehmen und wenn wir die zwei schrauben draußen haben dann können wir hier nochmal so ein bisschen drunter fahren unter dieses flachbandkabel ok ja genau jetzt ist es schon rausgesprungen ja wir haben jetzt die usb c buchse gelöst von der kamera genau die war hier drinnen und war dann eben in diesem plastik teil ja so ein bisschen verankert die können wir vielleicht später nochmal brauchen bin ich mir nicht sicher zum laden oder so auf jeden fall nicht aber was ich ja vorher gemacht habe ist die firmware auf 1.6 runter zu flashen sozusagen damit ich halt das real steady gut verwenden kann eventuell brauchen wir es für spätere firmware updates nochmal oder downgrades oder wie auch immer also ich werde sowieso alle sachen die ich hier ausbau auf jeden fall mal aufheben falls man die irgendwie mal wieder brauchen sollte weil man die kamera irgendwie noch anders betreiben muss, will, soll, genau ok dann arbeiten wir uns jetzt mal weiter vor ich habe gesehen hier ist nochmal so ein bisschen versteckt unter dem usb c port genau hier so eine kreuzschraube die werden wir jetzt auch mal raus machen ich hoffe mal dass wir dann gleich dieses dicke ding hier abbekommen aber sicher bin ich mir nicht ok na die ist aber gut drin ok mit dem drehmoment hätte ich jetzt nicht gerechnet ok genau jetzt war ja ok na gut das war einfach genau jetzt haben wir das schon mal weg jetzt schaue ich mal hier sieht man dann kameramodul ist hier mit der hauptplatine verbunden ähm was müssen wir jetzt noch machen äh hier kommt nochmal ein ein flachbandkabel rum das geht auf jeden fall vorne auf die platte das heißt das werde ich jetzt auch mal noch abmachen ich fahre hier mit dem werkzeug mal ein bisschen drunter genau ok so ja und dann habe ich in den tutorials die ich gesehen habe äh gesehen dass die leute immer dieses band hier noch entfernen ich glaube das hat keine wirkliche funktion aber ich bin mal wirklich super vorsichtig soweit es geht da ist jetzt dieses werkzeug hier auch super gut weil das ein bisschen wie so ein skalpell ist nur ja halt eben aus kunststoff ja genau mit dem kann ich jetzt super vorsichtig halt drunter fahren und das so langsam anheben ja wunderbar ok also hier sieht man dann auch so ein werkzeug also so ein werkzeug set ups ähm ja das ist so zum öffnen von elektronik sachen das ist wirklich sehr günstig aber ja ich glaube 10, 11 euro aber kann an der stelle wirklich hilfreich sein bevor man jetzt da irgendwie mit einem schraubenzieher drangeht und irgendeinen kondensator oder widerstand oder so kaputt macht ja lieber 10 euro mehr ausgeben gut dann sehe ich jetzt an der stelle nichts mehr was uns da im weg wäre jetzt werde ich mal hier diese kreuzschrauben noch lösen und dann hoffe ich mal dass wir die hauptplatine schon abbekommen da muss man wirklich sehr sehr aufpassen dass man da wirklich keine schraube oben rund macht weil sonst hat man glaube ich wirklich ein problem ok ich habe das jetzt nochmal gecheckt hier äh ich habe alle schrauben weg ähm aber so wie es ausschaut das mainboard hat ja hier oben so eine aussparung das heißt wir werden das in die richtung runter nehmen müssen das bedeutet dann aber auch dass ich hier dieses flachbandkabel eben auch noch weg machen muss ich versuche jetzt auch hier nochmal drunter zu fahren so genau also das kameramodul ist jetzt getrennt jetzt sollte uns hoffentlich wirklich nichts mehr im weg sein ok das ist da so ein bisschen rein gepresst ja jetzt löst sich es auch ja ok also erst anheben ja ok also erst anheben und dann so rausziehen ok geschafft geschafft ok das ist jetzt das mainboard ich habe jetzt gerade nochmal in das video reingeschaut vom tokivision ähm hier vorne das sind eben dann ähm sachen oder was hier drauf ist das ist anscheinend so wärmeleitpaste auf den chips und äh ja die kann man dann wegnehmen weil so hat es er zumindest erklärt genau in diesem beta fpv kit da sind eben diese chips dann freiliegend werden also im luftstrom gekühlt und müssen dann quasi nicht mehr mit wärmeleitpaste ja die die wärme woanders hin abgeben genau also das können wir dann später noch weg machen das lege ich jetzt erstmal zur seite weil jetzt wollen wir als allererstes mal noch das kameramodul mit ausbauen das kann man jetzt nicht so einfach rausziehen ähm man muss da ein bisschen aufpassen hier unter dem flachbandkabel sieht man jetzt wahrscheinlich nicht da ist nochmal eine kleine schraube die müssen wir jetzt auch nochmal lösen ich hoffe mal dass ich da irgendwie reinkomme ohne probleme ähm ja da ist tatsächlich das flachbandkabel so ein bisschen im weg ja das ist jetzt tatsächlich ein bisschen doof weil mit dem Schraubendreher hier komme ich nicht so wirklich um die Ecke rum deswegen habe ich hier so einen einfachen mit einem relativ langen schlanken Hals und mit dem komme ich hier ja um die Ecke rum und kann die Schraube dann lösen ok und schon ist sie rausgefallen und jetzt ist eigentlich nichts mehr im Weg hoffe ich ja und das Kameramodul kann man jetzt rausziehen so und von der ganzen GoPro brauchen wir jetzt soweit ich weiß nur diese Teile hier und ich hoffe natürlich dass ich die nicht während des ganzen zerreißens hier kaputt gemacht habe ok jetzt kommt noch ein kleiner Tipp den habe ich in einem Video von Joshua Bardwell gesehen der hat nämlich gemeint dass hier dieses Teil hier ein Teil von der WiFi Antenne ist wenn man sich das ganze genauer anschaut hier im Gehäuse ist auch ein Kontakt also das heißt ja das kommt hin ich vermute dass die WiFi Antenne dann hier im Gehäuse irgendwo lang läuft und ja wie überall ist es halt so wenn du ein Gerät hast das Strahlung aussendet dann sollte man das nicht ohne Antenne betreiben weil sonst halt dieser Chip durchbrennen kann deswegen werde ich jetzt mal diesen Tipp vom Joshua Bardwell befolgen und ein kleines Stück Kabel hier dran löten damit man halt sozusagen noch eine Antenne hat die dann ja das WiFi Signal abgeben kann und ja damit halt dieser Chip dann nicht durchbrennt also wie ihr sehen könnt habe ich jetzt hier einfach ein Stück Kabel da dran gelötet ja wie man lötet das werde ich jetzt heute nicht zeigen ja da gibt es glaube ich aber viele Tutorials auf YouTube ich bin mir auch nicht sicher bei dem ganzen Thema ich habe das nur in dem einen Video gesehen und habe gedacht bevor jetzt hier irgendwas durchbrennt dann löte ich das Ding hier mal dran genau ja und soweit ich weiß brauchen wir jetzt hier eigentlich nur noch unser Case ja anfangen werde ich mal hier mit dem Kameramodul das passt hier rein hoffe ich mal ja wunderbar 1A 1A wirklich wie gemacht dafür ok Kameramodul ist drin als nächstes werde ich hier mal die Hauptplatine mit einsetzen einfach reinschieben genau jetzt liegt die erstmal hier drin es passt soweit gut vielleicht ist das Kabel auch ein bisschen zu lang müssen wir vielleicht nur kürzen aber gut jetzt schauen wir erstmal also ich würde sagen erstmal befestigen mit ein paar Schrauben hier wird es gelernt die ganz kleine schwarze Schraube kommt hier in diese Ecke dann fangen wir doch am besten auch mal damit an hier reicht es natürlich dann aus die ganzen Schrauben wirklich nur sehr sehr sanft anzuziehen weil viele Drehmomenten müssen die ja nicht übertragen also wir müssen das ja nur irgendwie leicht anschrauben dann als nächstes nehme ich mir eine von den längeren schwarzen Schrauben die passt dann hier durch dann brauche ich wieder meinen schlankeren Schraubenzieher so okay jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht die Schraube hier kommt nochmal raus jajajaj okay so raus damit genau dann werdet ihr gleich sehen wieso als aller erstes also bevor wir das andere jetzt machen werde ich das Flachbandkabel mal wieder hier drauf bauen genau das ist jetzt soweit eingerastet und dann kommt jetzt hier dieses BEC Board nennt sich's das hat halt dann hier oben diese Buttons und das hat jetzt hier tatsächlich dann die Connector auf der Rückseite hier steht auch schon Fit for GoPro Hero 6 und 7 so und das können wir jetzt hier dann drauflegen und dann noch ein bisschen ausrichten und dann müssten wir das einfach auch so reindrücken können okay hier ging's sehr einfach oh ja okay also das merkt man definitiv wenn das einrastet so und dann haben wir jetzt hier halt noch ein paar weitere Schrauben die wir rein machen müssen hier 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 und hier okay schon wieder einen kleinen Fehler gemacht also hier eine lange schwarze und dann wenn ich's richtig verstanden habe kommt hier in diese Ecke und in diese Ecke schau ich nochmal die Rückseite an ja genau also in diese Ecke und in diese Ecke müsste jetzt jeweils eine von den silbernen Schrauben kommen und die anderen die jetzt noch offen wären die sind dann tatsächlich dafür da um die Rückseite von dem Gehäuse noch zu verschrauben ok war's das dann war's das dann jetzt haben wir hier noch eins zwei drei vier fünf sechs schrauben und hier sind ok dann hätte ich ein paar zu viel hm aber anders passt das glaube ich auch nicht wenn ich das richtig sehe na gut ich bin mir jetzt dann nicht ganz sicher aber ich glaube so im großen und ganzen wird das dann schon passen mein Antennenkabel habe ich jetzt irgendwie so ein bisschen hingelegt dass es hier zu geht das Case das sieht jetzt eigentlich ganz ok aus ja und jetzt kommen halt hier noch eben die restlichen schwarzen Schrauben rein und dann sollte das ganze hoffentlich funktionieren und schon haben wir super super einfach nicht unsere Naked GoPro Hero 6 und jetzt hoffe ich natürlich dass die funktioniert deswegen dann dann copter her und mal einen kleinen Versuch starten so jetzt habe ich hier natürlich ein bisschen Glück das einzige was ich machen musste diese Aufnahme hier 3D drucken lassen genau aber die GoPro die passt jetzt hier rein und ja genau weil es halt von BetaFPV alles ist also Review zu dem Copter kommt dann auch irgendwann noch genau dann ist hier auf der Rückseite der Stromanschluss und ja genau es ist bei dem Copter schon so ein Adapter mit dabei weil der ist ja standardmäßig für diese Insta360 also die SMO4K heißt sie bei BetaFPV genau genau und dann gibt es hier diesen Adapter der dann eben auf dieses GoPro Gehäuse geht so und jetzt kann ich das hier anstecken so jetzt sollten wir hier die GoPro mit Spannung versorgt haben und wenn ich jetzt hier mein Lipo nehme dann hoffe ich natürlich dass es auch gleich klappt jawohl es hat geklappt ich habe hier ein Live-Bild jetzt mit der Naked GoPro sehr cool oh ich bin echt froh dass das jetzt geklappt hat ja seit der Aufnahme von dem Video sind schon ein paar Tage oder Wochen vergangen die kleine Naked GoPro Hero 6 war jetzt schon immer bei mir auf dem ja auf dem BetaFPV Copter drauf auf meinem kleinen CineWoop und macht einfach mega viel Spaß die Aufnahmen die dabei rauskommen sind einfach genial vor allem wenn man die mit RealSteady noch kombiniert ein kleines Beispiel zu dem was dabei rauskommt habe ich ja letztens mal hochgeladen auch zu RealSteady habe ich schon was gemacht zu dem Copter kommt bald was macht auf jeden Fall alles mit hat auch schon ein paar Crashes mitgemacht ja und ich bin ganz froh dass ich das tatsächlich durchgezogen habe und bin natürlich super froh dass nichts dabei kaputt gegangen ist und dass es so funktioniert wie es soll wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst und vielleicht ein Abo wenn ihr noch mehr sehen wollt und dann hoffe ich natürlich wir sehen uns im nächsten Video wieder ich bin raus für heute Ciao